Guten Tag, trifft diese Aussage bestimmt zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wie gesagt, wie gesagt, nächsten Tag, ich habe alles aktiviert schon mal. Und wir werden mal nochmal gucken, wo wir alle noch was finden. Ich zeige euch, was mein Sohn meint. Wir können das hier benutzen. Und halt mal gucken, was wir sonst noch finden. Grüß dich. Und hier seht man ja, wo die Steine noch sind. Und zum Beispiel hier eine super Farbwaffe. Aber das brauchen wir ja nicht mehr. Wir gehen hier mal weiter einfach, weil das kann. Ich gehe mal weiter hier rüber. Gucken wir mal da, ob wir da alles haben. Schauen wir uns das mal an. Hier ist nichts. Ich meine, hier wäre auch fast gar nichts mehr. Ich habe schon nichts mehr. Bevor wir jetzt hier rumspringen ohne Ende. Hier hinten ist die Polizeistation. Wir gehen mal weiter. Das haben wir auch schon. Wir gucken, ob er das noch anzeigt. Wenn wir das nehmen. Vorne wäre das Fragezeichen. Mal gucken, ob er es noch anzeigt. Nee, er zeigt es nicht mehr an. Was? Das wäre das hier. Jetzt gucken wir mal, ob er es noch anzeigt. Nee, er zeigt es nicht mehr an. Ah, okay. Dann wissen wir, dass wir es haben. Zum Beispiel hier auch, dass hier auch die Täter anscheinend auch nichts mehr haben. Hallo. Ich bin so spät. Hi. Gehen wir mal weiter. Ich bin so spät. Gucken wir uns das hier noch mal an. Hoffentlich ist das die richtige Straße. Können wir mich vonk melden? Mein Telefon. Ich habe... Oh, es ist in meiner Tasche. Geht mal hoch. Sieht man im Prinzip, dass wir alles haben, ne? Das haben wir ja auch alles schon gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch schon alles. Hier geht jetzt mal alles durch. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, tausend Steinen. Dann kann man das hier anpeilen. So, dann kann man sagen, ah, den haben wir vergessen. Dann gehen wir mal da hoch. Gucken wir mal, wie man noch hochkommt. Die Steine haben wir noch nicht. Also, jetzt noch mal Nudeln gemacht. Letztes Mal gesagt, ich habe Lust auf Nudeln. Es ist sehr gut, dass ich ihn mag. Farbwechsel rein. Da? ja gut dann wo man den stein Ob es angekommen ist? Ähm, ich wollte auf die andere Seite. Warte, ich sollte auf die andere Seite einschauen, da ist sie auch noch was. Momentchen. Okay, hier habe ich alles gehabt. Die andere, die müssen hier irgendwo hoch. Irgendwo. Das wird toll. Hey! Okay, kommen wir nicht hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Äh, gute Frage. Endlich Feierabend! Äh, anscheinend komm ich die Randschuhe hoch. Vielleicht von der anderen Seite, oder? No. Hey! Hä? Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Doch von der anderen, von dem Haus hier. Mache mich besser auf! Okay, dann müssen wir doch hier auf dem Hof raus rauf. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Schauen wir jetzt mal. Ja, das geht doch mal hier hoch. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Und dann noch hier hoch. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Und dann? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Und dann? Ach, da waren wir auch schon, ja, hier waren wir auch schon. Hey, das könnte ich zerstören, das wusste ich gar nicht. Ja, wie kommen wir denn auf die andere Seite vom Dach? Kann ich mich drehen? Nee, ich kann mich gar nicht drehen. Ah, endlich. Ja, ich kann mich nicht drehen. Ja, ich kann mich nicht drehen. Okay, okay, wir gehen nochmal runter, wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein, wir gehen nochmal rein. Wir gehen nochmal rein. Ah, das ist nicht so, da brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Halt, 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 halt. Ah, okay. Voll, haben wir schon gemacht. Ah, okay, wir können hacken auch hier hochkommen. So, jetzt die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? Hier waren wir schon oben. Hier waren wir schon oben. Aber warum hab ich diesen Stein vergessen? Warte mal, gucken wir nochmal. Hier ist der Stein, da ist der Stein. 10.000 Steine. Komm mal, hin da hoch. Und fahr wieder hoch, komm. Hä? Au. Das ist zu knapp. Ich darf es nicht verpassen. Hey, wie komm ich denn hoch? Bei dem? Kann das nicht sein. Ich mag sie. Die haben wir schon mal gemacht. Auf jeden Fall kommt hier nur dieses eine Teil. Ach, geht los. Das sollte ich machen. Okay, dann wollen wir gucken, ob wir hier hochkommen. Ich sollte meinen freien Tag sinnvoller nutzen. Ich sollte meinen freien Tag sinnvoller nutzen. Das ist ja auch noch mal gerade. Oh, 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 oh. Wir haben Leute, ich komm hier hoch. Ganz schön. Nichts. Ich vermisse, ich vermisse. Anhse, ich vermisse. Ich vermisse, ich vermisse. Das ist nicht richtig. Habe ich mir das was. Da fällt dieses Teil natürlich aber nicht. Schauen wir mal, ob auch jeder es nicht hinkriegt. Das haben wir schon. Okay. Ich will jetzt auf die andere Seite erstmal. Okay. Und! Und, und aufnehmen Ohr. Okay, und eine Aufnahme. Da haben wir jetzt keine Klimaanlage mehr. Die Klimaanlage ist tot. Denken wir mal, dass ich hier hoch muss. Die Klimaanlage ist gut. Okay, den hatte ich auch schon. Okay. So, gucken wir jetzt gleich nochmal in dem Teil. Da war nämlich noch ein Superstein, meine ich. Ah, Scham, Schum, Schum, Schum. Scham, 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 scham. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Das sehr gut und mein Sohn sagt, nein, ich sag nur sehr schön. Jawoll. Sehr gut, sehr gut. Aber ich sag quasi sehr gut. So, dann gucken wir noch mal weiter. Wollen wir noch mal A1 finden? Oh Gott, schön aber noch mal. Okay, dann lass uns mal weiter hier rüber gehen. Oh Gott. Yo. Oh. Das Feld kopf M acompañant. Ah, ok, da ist noch was. Ja, stimmt, die kam schon nicht ohne die hoch, genau, richtig, genau, das war's auch. Wir gehen aber nochmal kurz zurück, wenn was zurückkommt, weiß ich. Ich glaube, der hat so schon, ne Quatsch, naja, ich hatte es auch schon, wir machen jetzt einen Fogluft. Oh Gott! Oh, okay. Okay, wo war denn eigentlich das Teil, wo man, ähm, was war das hier unten machen, oder? Ah, okay, wir müssen ja noch da her, ja stimmt, wir müssen ja noch da her, Moment. Wir müssen ja noch da her, fällt mir gar zu auf. Ich hab mir damals schon gedacht, warum das so. Ja. Ja. Ich muss nach Hause. Ja. 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 Was sollte ich machen? Was ist los? Das ist hier voll gemein. Ja! Einschalte, Josh. Ah, Fenzenberry. Okay, alles klar. Okay, okay. Fenzenberry, genau. Gute Nachrichten gibt es nicht. Nur ausgezeichnete. Weil wir müssen das ja auch hier machen. Yesen, ja. Hallo? Wo ist denn jetzt her? Entschuldigung. Wo muss ich denn jetzt her? Ich will das erneut versuchen. Ich hab B gedrückt. Sag nix, sag nix Jungs. Ich bin selber jetzt ein bisschen beleidigt. Hey, wie geht's so? Natürlich. Ich bin selber. Ah, du hast du nicht mehr. Ah, du hast du nicht mehr. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die neue rüber habe ich die wasserrechnung nicht bezahlt ich hab die wasserrechnung nicht bezahlt wir haben alles anscheinend war ok ist das die richtige straße ich komme auch hoch ich gehe mal noch mal hier entlang nein, das ist bloß nicht Ich dachte, hier können wir ihn hoch noch, hm? Scheint doch nicht. Aber... Dem kommen wir hier hoch. Wir machen aber auch alles anderes. Ich denke mal, kein Nymph ist jetzt nicht da. Also, das hat man auch damals alles gemacht. Boah, haben wir hier alles? Haben wir es nur alle? Da kannst du drauf spinnen, hier kannst du drauf spinnen. Okay. Der dreht sich dann nicht mehr, ne? Hier dreht er sich, oder? Ja, hier dreht er sich wieder. Okay, warte auf. Ich hoffe es klappt. Oh ja, es hat geklappt. Oh, es hat geklappt. Oh, es hat geklappt. Ah, alles klar, Herr Kommissar. Der ist hier unten. Cool, ich habe ihn gefunden. Wie ist das noch? Ja, das ist sicher. Ja, das ist schon gut. Sehr geil. Die haben wir tausendmal schon gemacht. Wir werden jetzt hier mal hinstellen und mal scannen. Hier ist doch was, ein Fragezeichen, ach quatsch, ach wir gucken uns gerade ab da an, ok, das ist ein Fragezeichen, aber mach doch mal ein, wir müssen das nochmal hier um die Gipi hoch gucken. Hier haben wir eine Fragezeichen, aber gut, 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 Okay. Die unten. Die kleine Pfeilzeck noch unten. Kann das sein? Ach, das ist da oben. Ja, gut. Okay. Schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Ah. Wege von oben. Aber. Lass uns mal Katja was holen. Ah, Mittagspause. Was für ein Sandwich esse ich denn heute? Bei einem Hammerdack schon mal Cade. Gehen wir mal weiter hier rum. Ah, okay. Ich glaube, ich muss wieder zurück, meine ich. Na klar. Na klar, ich muss wieder zurück. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ich muss wieder über die Dächer wieder. Hier war nichts, ne? Kann man nicht hoch. Will ich auch nicht. Ja, dann müssen wir wieder, müssen wir wieder herrüber. Okay. Nix alles, nix. Dann müssen wir wieder nach da. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber. Weiter geht's. Weiter geht's. Genau, jetzt müssen wir jetzt mal rüber wieder. Und da. Und da. Nach hier. Ich bin der Typ da. Hey, im Fenster. Geil. Mit der Schatzel macht er auf, oder was? So, jetzt kann man hier schon mal ein bisschen was machen. Okay, hier kann man nichts machen mit. Dann geht's weiter. Ja, meine Frau. Ey, ihr müsst arbeiten gehen. Kann ja nicht sein, dass ihr dauernd noch rumnehmen. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir weiter, 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 weiter. Gehen wir mal weiter hier rüber, gucken, ob wir was hier innen ist. Ich bin mir hier hoch. Ey, halt für das. Ich bin verschämt, ey. Ich muss hier auch arbeiten. Ich ließe ja hier. Oh, ich hab 39. Ich will sagen, danke fürs Zugucken. Das war Lego City Undercover, 39 Minuten. Bis dann, euer Zeit. Bis nächstes Mal. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren, nimmst Bescheid. Tschüss. Ah, nein, 40 Minuten. Ah.